Jo Leute, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Live in the Woods. Ja, in der letzten Folge ist viel passiert. Bei Pascal auf dem Kanal. Also schaut da mal vorbei. Ja, schaut vorbei. Könnt ihr eine Menge sehen. Genau. Eigentlich nicht, aber schaut vorbei. Doch, doch, doch. Nein. Video kommt jeden Tag um Video, jetzt sage ich immer nicht so. So. Ja. Sei immer nicht so. Ich guck dir einfach die anderen Folgen. So bescheiden. Hey, bei mir soll ja eigentlich auch jeden Tag ein Video kommen. Da unterstehen zwischen Pascal und mir. Pascal macht noch nicht lange YouTube. Der hat da noch Geist zu, dafür jeden Tag eine Folge zu produzieren. Und Pascal. Hey, du machst es voraus? Ist, na, nicht mehr. Sherlock will ich eigentlich fortsetzen, aber ich bin halt zu faul wieder aufzunehmen. Ich hab halt richtig Bock auf das Spiel. Ja, also schreib mal zurück hier bei Sherlock in die Kommentare, dass er das bitte machen soll, ne? Weil, weil das Spiel ist halt mega geil. Mir macht das mega Spaß. Ich bin halt zu faul zum Ruh nehmen. Ja, schreib in die Kommentare, er soll's machen. Ich hab halt nicht diese Motivation, die du hast. Beneide ich dich drum. Ja, noch hab ich die Motivation. Mal gucken, wie es in Zukunft aussieht. So. Kommst du irgendwie nochmal unten in, in, in unser Kämmer? Ja, ja. Klar, klar. Oder willst du jetzt da oben irgendwie verweilen? Nein. Ich nehm jetzt wieder auf. Ja, ich muss ja letztens wieder aufs Licht achten. Ja. Das überfordert mich schon wieder so da. Geh mir hier ein bisschen was her. Was ist denn hier von Lichtfehler? Gut. Ne, auf jeden Fall. Also bisher haben wir es ja gut geschafft, dass, also, es kam jetzt nicht jeden Tag eine Folge, weil Pascal ja das ein oder andere Problem hatte mit dem Upload. Beziehungsweise wann, ähm, man ist drauf. Ja, das war ja bloß eine oder zwei Folgen, weiß ich nicht. Ja, also, aber sonst haben wir es bisher wirklich geschafft, jeden Tag eine Folge. Und ich denke auch, dass wir es weiterhin schaffen. Es wird halt Richtung Sommerferien, beginnt halt so eine kritische Phase da. Aber da werden wir jetzt auch überhaupt nichts im Vorhinein ankündigen, dass da irgendwie, da werdet ihr einfach sehen, ob jetzt was kommt oder nicht. Da werden wir keine große Ankündigung drum machen. Ja. So eine Not machen wir es alleine. Ja. Also, ja, schauen wir mal. Also, wir machen jetzt keine große Ankündigung drum. Ihr werdet ja sehen, ob jetzt was kommt oder nicht. Wenn nix kommt, haben wir anscheinend nicht aufgenommen. Och, nö. Doch, doch. Wie heißt denn der große Tisch? Heißt der Tisch? Nee, Table muss da irgendwie. Dann kannst du halt auch nicht dran sitzen, ja. Aber ist ja eh egal, der soll ja nur zu Deko-Zwecken da sein. Table. Ah, hier. Was brauchen wir dafür? Ah, Verkleidung. Also Pascal kümmert sich gerade ein bisschen um die Einrichtung. Ja, ich mach das gerade mal so ein bisschen. Ich werde, wenn ich die Seite geschafft habe, da drüben den Gang weiter buddeln. Bis ins Unendliche. Naja, wenn man so einen Atlas guckt, kommt dann das schon so vor. Aber wir werden sehen, was draus wird. Wir sind ja dazu veranlagt, solche Projekte auch mal schnell in einer Woche zu schaffen. Echt? Ich hab gesprochen. Sagen wir mal, aber wenn man so ein Projekt hat, dann schafft man so problemlos eigentlich so die Sommerferien vorzuproduzieren. Ja. Nein, man hat dann ja was für die Aufnahme, was zu machen. Naja. Ne, also wir haben ja jetzt heute auch schon, glaube ich, richtig viel aufgenommen von 3. Das ist schon die fünfte Folge, die wir heute aufnehmen. Anni übertreibt ja gerne mal. Ne, die fünfte? Ja, die fünfte. Ja, die fünfte, ja. Ja, wir sind heute schon bestimmt... Das war schon wieder seit 19 Uhr, es ist jetzt 23 Uhr. Früher eigentlich schon, kurz vor 19 Uhr haben wir angefangen auf 2 Uhr. Ja, das ist schon seit 18.30 Uhr. Ja, das ist schon seit über 4 Stunden hier unterwegs. Zwischendurch mal kurz gegessen. Ach, 5,5. Bisschen Aspirin eingeworfen, dann geht das auch wieder. Ja. Echt du, ja? Ne, ich nehm keine Medikamente in keinerlei Hinsicht. Ne? Ich bin da eher so der Typ, der sich den Leber immer ein bisschen hinlegt und probiert halt wirklich runterzukommen. Ich halt halt von diesen Medikamenten nix. Bei mich sind diese Medikamente einfach nur... Ja, und die verzögern den Schmerz, die stecken den Schmerz halt woanders hin. Ja. Und wenn du halt immer Kopfschmerzen hast und dann ständig Schmerztabletten nimmst, dann hast du halt irgendwann Bauchspeicheldrüsenkrebs, weißt du. Hast du halt den Schmerz woanders, ist auch egal, ob du jetzt Kopfschmerzen hattest oder Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also... Da bleib ich lieber bei meinem Kopfschmerz. Will ja nichts so enden wie Steve Jobs. Ja, nix gegen Steve Jobs. Steve Jobs ist ein großer Typ gewesen. Aber man muss halt sagen, er hat sein ganzes Leben auf Ernährung geachtet und ist am Ende am Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Also... Leute, achte nicht auf Ernährung. Also doch schon ein bisschen. Müsst jetzt nicht fett werden oder so, aber... Also, also... Aber eine gesunde Ernährung ist kein Schlüssel zu langem Leben. Weil... Egal wie gesund du dich ernährst, ist es am Ende immer das Schicksal. Ich hab' ne Überraschung für dich. Nicht schon wieder. Hm. Ist das wirklich das Geilste, was du je gesehen hast? Hm, das glaub' ich nicht. Ich hoffe für dich, du hast Lust drauf. Jetzt krieg' ich Angst. Hier, ja... Nein. Ähm... Komm mal her. Mal gleich. Ich hab' ne kleine Überraschung für dich. Hä, bist du nicht unten? Ja, bin ich auch. Du, Laura, ich steh' hinter dir. Achso. Ich hab' ne Überraschung für dich. Ja, zeig. Hm, geil. Ist aber nett, danke schön. Alter. Bin's halt mal mega übertrieben, dankeschön. Spampt man sich aber halt auch das ganze Inventar mit Feuer. Möchtest du sie wiederhaben? Ja, guck, du packst einen Rucksack. Möchtest du sie wiederhaben? Aber die machen halt... Nee, nee, nee. Achso, sind die jetzt für mich? Ich hab' zwei Vierer und du hast zwei Vierer. Ah, das ist nett, danke. Also, die bringen halt übel viel Essen. So, hast du noch ein bisschen so geschüsseltes Zeug für mich hier? Oder du kannst eigentlich auch die Decke hier mal zumachen, oder? Ja, ja, ich kann das auch machen. Warte mal, nee, warte mal. Ich wollte erst mal die Tische hier reinsetzen. Da kannst du auch gucken, wenn du willst. Da bin ich richtig gespannt drauf, wie du Tische platzierst. Oh, mir kribbelt es schon überall. Ah, warte, da hab ich noch. Hab ich noch eine andere Idee da. Ich find's halt so geil, alles, was wir hier unten bisher gemacht haben, in dieser Gruft, okay, außer diese Schienen und dieses bisschen Kies da drunter, wäre in Vanilla Minecraft einfach nicht umzusetzen. Es würde halt in Vanilla Minecraft jetzt so hässlich aussehen hier. Also, man kann auch in Vanilla Minecraft schon echt schöne Sachen bauen. Keine Frage, es ist Minecraft, man kann aus allem was machen, aber es wird halt nie so geil, wie es hier wird. Ja. Ja, gut, das liegt halt auch am Shader und wie man für möglich ist. Sag mal, wenn du Vanilla Minecraft einen Shader mit reinhaust, ist immer noch nicht so geil. Ja, klar. Man hat halt nicht diese Möglichkeiten. Ich habe Durst. Nein. Doch, doch. Was soll ich hier machen? Haben wir eigentlich noch Bücher unten, ne? Irgendwo haben wir garantiert Bücher rumzuliegen. Ja, unten. Na, da geh ich mal gucken. Kannst du bitte hier gleich mal die Wand mit dem geschüsselten Steinen auskleiden? Ah, ja. Ne, wir haben gar keine Bücher mehr. Dann mach welche. Wie denn? Oder mach jetzt bitte nicht welche, weil... Ich, ich komme gerade echt nicht voran. Ja, aber warte, 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 warte. Okay, ja. Ich baue weiter, einfach 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 weiter, warte, 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 warte. Tu mich machen. Tu mich machen, tu. Ich baue weiter, warte, warte, warte. So. Ne, ähm... Haben wir kein Leder mehr? Doch, in meinem Rucksack. Kannst du mir davon was geben, dann, wenn ich bei dir bin? Wenn du bei mir bist und dir die Wand ausgekleidet hast, gern. Okay. Ne, wir müssen ja echt langsam auch mal das Dach bauen. Ja, müssen wir wirklich. Weil... Ich habe erst so gedacht, ja, kann man so am Schluss machen. Aber es ist halt echt scheiße, ohne Dach. Kriegt man halt auch keinen Gesamteindruck. Ja. Gerade weil es dann auch reinregnet. Hast du in deiner Folge eben einen Screenshot gemacht für Thumbnail? Ähm... Ja, aber ich weiß nicht mehr ganz genau wovon. Na, das ist so gar nicht wichtig. Also, ich habe auf jeden Fall einen gemacht. Äh, kannst du mir bitte zwei Leder geben? Ähm... Bitte. Ach, fang. Danke. Na, irgendwann brauchst du es. Okay. Ähm... Alter, ihr kackviecher. Ohne Spaß verspindet aus meinem Leben. Und damit war ich nicht Pascal. Möh. Ähm... So. So, jetzt sieht es doch schon ordentlich aus. Wir werden von diesen Schrägen eh noch so viel brauchen. Habe ich mal zweieinhalb Stacks von gemacht. Super. Wie findest du den Arbeitsplatz der neuen Ladies? Bestimmt schön. Ich geh gleich mal gucken. Jetzt. So, man hat mehr essen. Cheeseburger? Hm. Na, die bringen über viel. Setzen Sie sich, ich hätte gerne ein Ticket. Warte. Schick da ein Ticket. Ja, warte, dazu muss ich mal in meinen Büschler gucken. Da steht drin. Einmal nach Dresden. Einmal nach Dresden. Ach so. Warum stehen sie nur auf dem Tisch? Hä? Hä? Ähm. Das kostet ihn. Ähm. Neun. Dann setzen Sie sich mal hin, das macht mich ganz wurschtig. Also, da muss ich erst mal fragen, wo sind von hier? Was steht denn da draußen dran? Ich heiße Kevin, ich weiß nicht wo ich bin. Hä? Hä? Ich weiß nicht wo ich arbeite. Mh. Sagen wir, wir sind in Leipzig, dann zahlen sie 2,50 Euro. Dankeschön. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Na schön, dass du zur Konkurrenz fährst. Äh. Wenn du verstehst, was ich meine. Ne. Fußballmäßig meine ich jetzt. Ach so. Hm. Wieso, zur Konkurrenz? Also war mal Konkurrenz. Ich wohne jetzt in der Nähe von Leipzig. Also jetzt. Nicht in der Nähe, aber auf der Weltkarte gesehen. Auf der Weltkarte gesehen. Auf der Weltkarte gesehen, wo auch in der Nähe von München. In der ganzen aller Nähe von München. So. Nimm doch die einfach raus, die Fackeln. Hast du auch eine Idee weiter? Bist du jetzt irgendwie nicht. Äh. Licht kommt gleich. bud. Wie. Eines. Eines. okay. Wie gut, eben. Was war ich denn hier? Das ist richtig behindert mit der Decke. Ja, du musst dich da mal einen Block hochbauen. Dann geht's dir besser. Ja, oder auch springen. Was hab ich denn hier gemacht, Mensch? Kannst du mir bitte mal so ein Dings geben? Also ein paar von diesen Blöcken. Danke, reicht, 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 reicht. So. So. Wie ist hier unten einfach fällt? So. Alter. So. Alter, das sieht mega nice aus. Tschüss, sieht es mega nice aus. Können wir die ganzen Fackeln hier einmal wegnehmen. Weil die sehen nicht so mega nice aus. So. Hast du da einen Block vergessen? Nee, da habe ich strategisch einen Block vergessen. Sieht halt echt cool aus. So. So. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch machen? So wie ich dich kenne, wolltest du beim anderen Gang schon mal weiter bundeln. Ah nee, das wollte ich nicht machen. Kannst du mal ganz kurz gucken, komm. Also hier drüben. Wollen wir ab hier schon dann aufhören mit denen hier? Ja, würde ich schon machen. Okay. Obwohl, nee, nee, mach mal lieber noch ein bisschen weiter. Okay. Was heißt ein bisschen? Wenn man hier so um die Ecke guckt, dann... Ja, so drei Blöcke oder so. Der macht das mal. Ja. Weil dann sonst sieht man das noch so offensichtlich. War ich das in der Zeit nur auf der Seite hier. Ich glaube, ich habe jetzt vier gemacht, oder? Eins, zwei, drei. Ja, mach vier. Echt jetzt? Ja. Dann ist ja sieben. Ja, keine Ahnung. Wo kann auch der eine noch irgendwie zu? Ach nee, wir machen jetzt sieben. Ist ja im Endeffekt auch egal. So. Okay. Hä, bist du schon fertig? Nee. Ich habe gerade noch ein paar Spitzhacken gemacht. So, okay. So, okay. Ich gehe dann mal noch aus. Also sieben, ne? Ja. Guck einfach bei mir und du weißt es. Sieben, ja. Oh. Was? Which? Ja. Was? Aha. Aber ich finde, dadurch, dass wir zwei Doppelte halt haben, also wir müssen ja jetzt praktisch durchgängig einen Viererschacht buddeln, verstehst du, also 3 mal 4, dann kann man sich einfach hier oben die halt 100 reinbuddeln, die ja 100 zurückkommen, dann noch die, dann kann man die hier unten halt noch machen, dann kann man das halt schön so etappenweise machen. Ja. Die Decke musst du noch. Dann, dann hätte ich jetzt ohne deine Hilfe echt nicht, ich nicht hier was. Ich weiß. Deswegen bin ich hier. Ja. Das macht das ich in meinem google. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß 你 und das war Köln auf der anderen Seite oh mein Gott okay äh was so viel denn sieben so könntest du die Wände vielleicht noch reinziehen jaja super ja ist genau gleich dann nehme ich hier das Eisen noch mit guck mal hier was soll ich denn damit angucken diese Stimmlage angucken angucken aber wer hat denn jetzt hier Kiefing gesetzt? der Ochs das war dann wohl ich okay ein bisschen Zeit haben wir noch würde ich sagen können wir beim anderen Gang schon mal anfangen rein zu buddeln oder? wolltest du jetzt noch was anderes haben? äh ich wollte eigentlich ähm noch ein paar Hocker hier hinsetzen dann machst du es ne wie gesagt kannst du auch mal aus der Höhle hier raus und deinen Zuschauern die weite Welt zeigen so hey lass mal die Lampe da nein weil hier kommt jetzt ähm hier kommt ne Lampe hin dann kommt hier jetzt ein Zaun hin und in das in den Zaun kommt halt ein Warnschild so und das wird jetzt aus leuchtungstechnisch mega anstrengend weiß nicht vielleicht spiel ich da mal ein paar Folgen ohne Shader weil das so hell von der Helligkeit dann halt leichter zu organisieren ist ich mach mal aus den Shader ja das ist wesentlich besser ohne Shader komm erst mal raus mach Shader wieder ich mach mal Shader aus und guck dir das denn ein ich guck mir jetzt die ganze Welt mal ohne Shader an aber es sieht selbst ohne Shader noch relativ geil aus muss man einfach sagen es ist selbst ohne Shader noch schön aber nicht so schön ich mach ihn lieber mal wieder an ähm guck's halt genau in die Sonne an es ist halt ein kompletter Unterschied mit und ohne Shader ja es verändert halt alles wir brauchen ein bisschen Wolle dann hol welche ja aber woher nimm Weizen mit und hol Schafe her dann warum soll ich die her holen ich will die Wolle haben nimm machen wir den gegen dann haben wir immer Wolle wenn wir welche haben wollen nimm wir können die Show rennen das Ding ich weiß halt überhaupt nicht woher Schafe sind von daher geh ich jetzt nicht los mhm was kann man mit einer Pampemuse machen Wolle Wolle? äh nein ähm mhm Minz Pie Alter das sieht geil aus gehen wir zur Seite ok so was bestimmt ist mhm ich wollte mal gucken wegen noch ein wenig Kies und sonst wir haben keinen Kies mehr oder? weh weißt du was das Problem ist? was dadurch ich das aufnehmen dadurch ich das aufnehmen nicht mehr so doll gewöhnt bin ich krieg grad echt Halsschmerzen ja meine Stimme ist auch schon ganz rauf vom ganzen Erzählen das ist echt doof ich krieg jetzt Halsschmerzen mal der Scheiße ah die werden grad richtig unangenehm die Halsschmerzen scheiß drauf machen wir weiter was würd ich holen? hab schon wieder vergessen keine Ahnung ähm Kies? Zaun genau achja genau ein Zaun mhm haben wir noch irgendwo ja hier ok dann geh ich mal wieder schau wir brauchen Wolle noh wöö Wolle haben wir können allerdings auch keine Stühle sondern Tische hinstellen weißt das wär auch geil Alter wir müssen einfach mal eine Folge eine einzige Folge egal welche das wird sieht auch geil aus so im Dunkeln müssen wir uns einfach mal diese 30 Minuten auf diese Stühle vorm Haus setzen und einfach erzählen über irgendwelche Themen am besten so eine aktuelle Folge weil es ist einfach so geil wenn du da sitzt auf diesen Stühlen und diese Tag-Nacht-Übergänge noch mitbekommst wir müssen uns mal eine Folge machen wir müssen uns mal eine Folge machen ach jetzt weiß ich wie man die Stühle macht aha ja jetzt weiß ich hast du gerade irgendwie den Schüssel bei dir ja ja ich komme gleich, warte super danke ich du fährst ähm was kommst doch gleich mhm ich geh jetzt zu dir ich weiß nicht ich weiß nicht ich bin bitte nicht mhm mhm aber sie auch aussieht von außen auch ganz nah ist auch so die U-Bahn meine ich jetzt mhm ja ist halt ein 4-Giga-Kasten ne aber ist halt eine U-Bahn die wird halt erstmal wunderschön ist halt nix besonderes ist halt grundsätzlich einfach nix besonderes so kannst du bitte mal hier hinten so auf der anderen Seite vor allem ja auch hier an dieser Rückseite wo jetzt noch frei ist die Blöcke bitte noch hinsetzen und mir dann scheiße ähm den Schüssel geben danke und dann den Schüssel geben hattest du nicht noch welche von diesen ähm ähm Warnschildern ja da liegt der Schüssel danke und die Warnschilder also die die wir gefunden haben oder was ja ja aber jetzt habe ich nicht bei ne wie macht man die setz einfach mal eins hin mach den Zaun da weg alter ey ich finde das voll geil ja aber der Zaun passt überhaupt nicht das ist halt ich habe eine Idee ich habe eine Idee das ändert nichts doch warte ich habe eine bessere Idee warte 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 setz mal da setz mal da und mach mal den anders dann ja ja so machen wir das jetzt ja ich finde so geil ja soll ich auch so machen dann machen wir hier bitte zu noch die Frage ist halt wie wir das denn auf der Seite machen da können wir das ruhig so reinsetzen ja da können wir das rein machen wir erstmal da hinten ich habe keine Warnschilder mehr achso da oben glaube ich liegt noch eins wo oben in der Truhe mhm ne in unserem Lager mhm das ist nicht oben das ist noch weiter unten ähm ne hier sind übrigens welche mhm 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 so zack das andere nee ist genau das gleiche Ich weiß nicht, ob diese Lamp hier oben nicht übertrieben ist, wenn es hier in Nähe ins Nichts geht. Dann würde ich es da eher so dunkel lassen, damit es da so nicht so... Damit man nicht auch noch diese ungemachte Wand hinter uns sieht. Okay. Alter, ich habe eine mega geile Idee. Pass auf. Das mache ich noch. Ist egal, wie lange deine Folge geht. Das mache ich noch. Warte mal, ich mache jetzt nochmal Shader aus. Und buddel mich jetzt rein. Ich werde die nächsten Folgen jetzt wohl ohne Shader spielen. Na, warum? Hä, wie lange geht denn die Folge schon? Wie viel Zeit haben wir denn noch? 35 Minuten. Ich fange mal gar nicht erst an mit, wir haben keine Zeit mehr oder so. Weil wir halten es ja eh nicht eigentlich. Ich beende die Folge lieber abrupt. Ja. So. verdammt verdammt oh nein ein warum haben wir denn kein Ton warum haben wir denn kein Ton doch wir haben Ton doch warum fehlt mir jetzt auf einmal dein Ton aber ich meinte einen ganz anderen Ton als ich und ist ganz schön verwirrend okay ich wollte es eigentlich doch Schluss machen wollen ich hab aber noch was richtig geilen ich kann es in einer Folge zeigen ja ich weiß bloß nicht ob wir das hinkriegen ach so ja so Leute also ich beende jetzt die Folge es sind jetzt schon 38 Minuten also ich würde sagen uah geil danke fürs Zuschauen und auch jetzt mal ohne Schäder ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei live in the woods also bei Pascal der nächste Folge und übernächst wieder bei mir also wie immer eigentlich das sage ich auch jedes Mal das sagen wir jedes Mal also Leute nächste Folge bei Pascal übernächst bei mir und wäre schön wenn er dabei bleibt haut rein bis hin tschüss tschüssi 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 tschüssi